Das Reck erhebt sich, der Sprungtisch federt, die Ringe schwingen. Auf diesen Schauplätzen der Athletik werden Träume geschmiedet und Legenden geboren. Über 100 aufstrebende Turner aus 20 Nationen stehen bereit, um ihre Fähigkeiten beim internationalen Junior Team Cup des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes zu entfalten. Die Stimmung des Wettbewerbs ist wirklich schön. Viel Lärm. Das gefällt mir. Die Anziehungskraft dieses prestigeträchtigen Turniers erstreckt sich weit über die Grenzen hinaus und ist nicht nur auf seine internationale Teilnahme zurückzuführen. Im Herzen des Sportforums vereinen sich Teams aus aller Welt, bestehend aus talentierten Turnern, im Alter von 12 bis 18 Jahren. Das ist was ganz Besonderes, weil eben so viele Nationen dabei sind, auch nicht nur aus Europa, sondern weltweit. Wie man sieht, Brasilien zum Beispiel, früher auch mal Japan dabei gewesen. Das ist mal was Tolles, auch mal Leute von wo ganz anders zu sehen, sich was abzugucken. Das ist einfach schön. Unter den herausragenden Teilnehmern stehen zwei Turner im Rampenlicht. Das sind Luis Lenhardt und Volodymyr Golebin. Lenhardt, der lokale Liebling dieses internationalen Spektakels, erhebt sich mit einer beeindruckenden Stärke über das Sprungbett. So zeigt er nicht nur hier, sondern auch an den anderen Geräten seine technische Beherrschung. Für mich war es ein super Wettkampf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch dieses Jahr wieder hier turnen zu dürfen. Auch Volodymyr Golebin erobert die Herzen des Wettkampfgerichtes mit seiner anmutigen Präsenz auf dem Pauschenpferd. Seine Darbietung ist ein kraftvolles Manifest seiner Entschlossenheit und seines unermüdlichen Trainings. Jeder Griff, jede kalkulierte Bewegung zeigt Golebins tiefes Verständnis für das Handwerk des Turnens. Er hat seit dem letzten halben Jahr noch mal ein paar Schwierigkeiten dazugepackt und mit 14 Jahren ist das ein unglaubliches Programm, was er heute abgespult hat. Und das ist absolut internationale Weltklasse. Als Sieger des internationalen Junior-Team-Cups erhebt sich das Team aus Österreich, dessen Leistung ein Zeugnis für Talent und Hingabe ist. Während die Athleten das Sportforum verlassen, bleibt die Erinnerung an diese unvergessliche Veranstaltung lebendig und die Flamme des Turnens brennt heller denn je in ihren Herzen.